Ach ja, Heinz, da gab es ja auch so ein Ding, war blauer Engel, direkt am Studi. Hahaha. Ja, das ist ja auch nicht mehr so meine Zeit gewesen. Aber ich wies das ja noch. Als ich in Stöpke war mit meiner Mutter, wir sind ja noch öfter mal zu Rokaki gegangen und so. Waren da essen, also auch mit meiner Großmutter noch. Mit der Friedel. Wieder. Und da haben wir Fisch gekauft und Rokaki ist ja der Chef, das ist ja das erste Geschäft gewesen. Am Platze, ja, Wilmersdorfer Straße. Rokaki gibt das immer noch. Ich möchte ja noch mal hin, Heinz, wir können da mal hinfahren. Das ist so ein geiler Laden, die haben da einen Fisch. Einen Kartoffelsalat hatten die da, du. Da kannst du aber jeden Kartoffel, den du selber machst, in der Ecke stellen. Hahaha, wie sah ich denn aus? Das ist ja auch.